Jaaa! Es ist halt kein Sehen! So Freunde, herzlich Willkommen zu einem neuen Youtube-Video. Wie ihr vielleicht schon erkennen könnt, wir sind am Erzberg, beim Red Bull Erzberg Rodeo. Es wird richtig geisteskrank, heute Sturm auf Eisenerz, wo über 2000 Biker in die Stadt Wir werden natürlich die ganze Action filmen, also viel Spaß bei dem Video, es wird auf jeden Fall richtig geil. Wir sind jetzt hier schon mitten im Geschehen, aber jetzt geht es richtig ab, denke ich mal. Warum hat der Skier dabei? Warum will er, hä? Hä, die ziehen den nachher safe durch die Stadt? Alter, das wäre krank. Vorher noch Prolog gefahren, jetzt auf Supermotor. Ah, jetzt geht es glaube ich los hier. Über 2000 Bikes in die Stadt rein. Maurice, ich habe gehört, du lässt deinen Reifen platzen. Nee, heute nicht. Alter, Quirly auch hier, der Allerechte. Dass man 16-jähriges ist, ich das glauben kann, ich glaube nicht. Alter, die geben sich hier wirklich die Ski drauf. Bruder! Guck dir das an. Jetzt, stell dir mal vor, er fährt zu schnell an. Das ist halt einfach Ski. Das gibt's nicht, Ski. Das kannst du keiner verstehen, Typ. Alter, es quaint. Es quaint. Fäger. Wie kann man überhaupt auf die Idee kommen, hier die Schiene herzunehmen? Oh, Mann. Da vorne macht jemand einen Burnout. Mit seinem kleinen Sohn drauf. Perfekt. Kaja. Haha. Also, solange dieses Jahr ich wieder mein Moose durch das ganze Röttchen da fliegt, bin ich zufrieden. Ah, shit. Here we go again. Also, du machst heute wieder einen ordentlichen Burnout. Ja, aber meinen Moose würde ich gerne behalten heute. Ja, das kriegst du nur hin, denke ich. Guck dir hin an, einfach mit der Greenscreen-Verkleidung. Jaaaa. Brennt ihn nieder. Brennt ihn nieder. Digga, ist das Amerika, oder was sieht das aus? Ah. Ah. Geil, du ziehst mich ab, ja. Ah. Ah. Hörnhaus sind es einfach. Ah. Hallo. Hey. Was geht? Ah. Hey. Was geht ab? Alter, warum filmen hier so viele? Sind wir Superstars, oder was? Ja. Das ist da Catwalk. Digga, es sind da geistesgang viele Leute dieses Jahr. Was passiert hier? Was zur Hölle? Warum sind hier so viele Leute? Boah. Checkst du auch nicht. Der Trailfahrer ist am Start hier, Alter. Boah, Junge. Ja, film das. Und warum hat der dann ein Schwert dabei? Von dem halte ich lieber Abstand. Oha. Oha. Alter, was passiert hier? Der Alien. Warte, wirklich. Ah, jetzt fahren alle wieder weiter. Warte. Oh, der hat sich hingelegt. Oh Gott. Achte. Alter. Oha. Junge scraped hier neben mir. Haha. Oha. Nur an der Stelle nochmal auch kurze Information an den Mitarbeiter. Und YouTube. Das hier ist gerade abgesperrt. Und es ist alles angemeldet und abgesprochen hier. Guck mal, da ist die Polizei. Hallo in Berlin, das ist doch noch verkehrt am Fahrrad. Was? Hey Bro, du sitzt da falsch rum drauf. Jungs. Oh. Ja. Oh. Sorry. Jungs. Sehr schön. Alter, der eskaliert so schön. Ja. Oh. Schwifty, ich will vor zu dir. Hallo. 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 Ich wurde ignoriert. Wie wäre es mit einem Burnout? I have a boyfriend. Oh Mann. Oh Mann. Ich hab dich komplett ignoriert. Ja. Egal. Oh Mann. Oh Mann. Vielleicht beeindruckt sie ein Wheelie. Also sie schaut nicht mal her. Oh Mann. So. Magst du den jetzt? Was ist? Okay, ich brems dich jetzt auf Altmodel. Ja, komm. Ja. Wow. Oh. Wow. Ja, hier kann man es sogar können. Los! Weil Kader geht die ganze Zeit fast aus, ich hocke voll komisch. Achtung! Oh mein Gott! Jungen, voll schnell! Alter! Kader, Juli und Matsu Werner! Ja, Jason! Ja, Juli! Ja, Mann! Genau so! Noch mal! I can't do it, Soppy. Longest Soppy wins. Nein, du musst hier einen Soppy machen, aber ich kann keinen Soppy. Soppy? Ja, Soppy kann ich probieren hier. Ja, so was. Der war geil! Zwifti, der war toll! Ja, das ist auch rutschig hier, Mann! Ja, scheiß drauf! Alter, was geht hier vorne so wieder ab? Oh Gott! Zwifti! Ja! Sicher! Bitte! Wer bist du eigentlich? Zwifti im Auto! Ich bin auch ins Video! Hey, hier ist Polteres! Erkennt mich nicht, okay. Hör nicht! Ich hab dich einfach so ingeriert! Er hat mich schreckt! Oh, Mann! Alter! Mittel nicht! Alter, was geht hier ab? Oh! Alter, hoch! Alter, es geht so super! Alter, ich hab alles da bekommen! Ich bin komplett voller Gummi! Alter! 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 Mein Bein ist schwarz! Das hat so will getan! Alter! Alter! Alter, ich schieß mich schon wieder so ab! Alter! Alter! Ich bin so voller Gummi! Prost! Prost! Oh! Zwifti im Circle! Ja! Alter, guck was du mir angetan hast! Danke! Danke! Das ist noch einer, Fabi! Sicher! Viel Spaß noch! Alter! Hallo! Pool ihn ab! Was macht Zip? Oh shit! Motorschaden! Ah, sein Kupplung geht nicht mehr! Oh Gott! Ah, sein Kupplung geht nicht mehr! Und dann hat es irgendwie die Gänge herumgespackt! Ah, okay! Keine Ahnung! Was machen die da? Das ist eine Circle Challenge! Circle Challenge? Easy! Lass mich mal vor hier! Das ist ein Kipper! Haha, geil! Gott! Oh Gott! Ja, es passiert! Gott! Alter! Eieiei! Ja! Ja! Ich brauche ihn raus! Alter! Wer reißt ihn? Dein Reifen ist runter! Ja! Einfach weiter! Tolles Band! Ich brauche ein Messer! Wie so ein Messer! Dass die Luft raus geht! Achso! Ich brauche etwas Spitzes! Bei vier. Ich brauche etwas Spitzes! Ich rufe etwas Spitzes! Ich brauche das an! Ich rufe etwas Spitzes! Ja! Ich mach mal einen krassen Trick hier von der Polizei. Ich würd auch gern Tricks machen, aber ich bin rum. Ich wär auch. Ich würd auch gern was machen. Soll ich mal ein Blatt Reisen probieren? Komm, mach den Täter! Ja! Verspiel! Verspiel! Der Polizist freut sich auch. Toll, Tarek, gefällt das. Ey, dir gib den Daumen hoch. Junge, ich bin wie so ein Opfer. Zeig mal, wie ich fahre. Achtung! Das kriegts nicht. Er fährt auf zwei Spuren. Ey, du musst eine Angstvermessung machen, Bruder. Gott sei Dank habt ihr Spaß. Gott sei Dank habt ihr Spaß. Geilige Scheiße. Man fragt sich nur, wie sind diese Spuren entstanden auf der Strasse. So, will das jetzt ganz losgehen? Ey, Polizei filmt hier einfach. Die Polizei findet das gut. Alter, wir haben Gas! Du Anfänge! Was machst du? Kupplung! Du brauchst keine Kupplung für den Burnout! Jetzt geht's! Jetzt geht's noch! Jetzt geht's noch! Junge! Jetzt geht's noch! Jetzt geht's noch! Aua! Jetzt geht's noch! Aua! Aua! Gib's mir! Gib's mir! Los los! Ja, Mann! Ja! 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 Wir sind ein Dream Team! Ja, Mann! Juli! Super Doktor! Alter! Da fliegen voll die Scheine! Digga! Ja! Ja! Juli! Digga! Hast du neulich! Der Lauffläser ist wieder da! Ja! Der Lauffläser ist der geilste Typ! Ja! Ja! Darf ich auch mal kühlen? Nein! Ey, kühl mich mal bitte! Ich bin nämlich der Burnout-Motivator! Okay! Drei! Zwei! Eins! Ja! Bester Mann! Nein, nein, nein! Die Backwheel Hopps! Clean! Ich will eigentlich noch warten, bis ein Pleuel aus einem Betaplot rausschießt! Du! Ja! Ja! Sehr gut, danke! Alter, was geht hier ab? Geiler Typ für Auspuff! Geiler Auspuff! Du hast so einen geilen Reifen! Da bist du! Ja, ja, ich weiß! Ich bin doch auch ein geiler Typ! Soll ich mal schnell fahren? Ja, fahren wir so schnell, du kannst, komm! Pullpin! Wie war ein Prolog! Ja! Alter, das spritzt! Heilige Scheiße! Schau mal wie ich fahr! Das sieht so crazy aus! Ein Schlag! Du fährst auf zwei Spuren! Ja! Alter, hier hinten versucht der Squad den Heelclam zu machen! Erst Julian! Komm, du musst jetzt hier auch einmal rauf fahren! Der Heelclam ist ja an sich nicht schwer! Ja! 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 Ja und alle was gecrasht was! Ich bin so dirty! Ich bin so schlammig! Ja! Oh, schepp! Heilige Scheiße! Ja Alter, jetzt ist Security hier. Oh, man. Ich glaube, jetzt ist die Party aus. Danke fürs Zusehen, ihr wahnsinnig geilen Zuschauer. Das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen.